Jenny Elber ist die Töte. Die Jenny Elber wollte immer nach Mallorca fliegen. Sag ich mal Mallorca, als denkt einer, der weiß, wie man das spricht. Das will ich jetzt Mallorca sagen. Als ich jedenfalls nach Mallorca geflogen. Und als sie dann eingestiegen war, kommt die Diorress und hat die Boardingkarte kontrolliert. Dann hat die Jenny Elber sich gleich vorne hingesetzt in der ersten Klasse, wo sie die Karte kontrolliert hat und hat gesagt, Entschuldigung Frau, Sie haben ja nur für die zweite Klasse bezahlt. Das ist ein Ding weg. Und er hat gesagt, nein, ich bleibe da sitzen. Ich sage, ja wieso? Sie haben nur für die erste und zweite Klasse bezahlt. Sie dürfen da sitzen, vielleicht wäre ungerecht. Eine andere Frage ist gegenüber. Nein, ich bleibe da sitzen und wisst ihr eigentlich wer ich bin. Ich bin die Jenny Elber, die ist für die Töte. Egal, wer sie sind, sie müssen hinter Platz nehmen. Ja, sie ist einfach nicht aufgestanden, sie steht zum Pilot vor. Und sie haben gesagt, was soll ich jetzt machen? Da sind Piloten und sie haben gesagt, da sind drei, die sagen, wer hat sie Elber, hat nur für die erste bis drei Klasse bezahlt. Und du nicht weg vom Stuhl. Lass mich nur mal machen, hat der Pilot gesagt. Da ist der Pilot zu ihr nach hinten gegangen und ist einfach aufgestanden, ohne weiteren Kommentar. Da hätte ich stört jetzt gedacht. Soll ich jetzt fragen, was hätte er vor zu dir gesagt? Dann hat er gesagt, ich habe einfach gesagt, die erste Klasse fliegt nicht nach Mallorca. Ja. 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 Vielen Dank.